Genossen, wir sind das Kommando Andreas Bader. Wir haben eine Akzent vorbereitet, die dem Schweinesystem einen richtigen Schlag versetzen wird. No move! Wieso bist du kein Bulle mehr? Das ist eine lange Geschichte. Danke, Mann. Wir sind schon ein Glück, das ist ein Glück, das ist ein Glück, das ist ein Glück. Hier gehen wir. Warum hat er geschehen? Ach. Warum, Dengner? Gerechtigkeit. Sie sollten wissen, dass in diesem Prozess alle eine Verurteilung brauchen. Ja, Dengner? Du, grüß dich, Schorsch. Ach, Marlies. Du, heute Abend hast du noch einen dienstlichen Termin? Ah, das klingt aber spannend. Ich fand ja nicht, dass diese ganze Generation schuldig ist. Eine ganze Generation verschwor sich gegen die Ordnung. Ich bemerkte, dass jemand in meiner Wohnung gewesen war. Die Weinflasche vom gestrigen Abend stand ein paar Zentimeter versetzt. Mensch, ich möchte mich schrecken. Wir haben uns hier eine Schauspuren hinterlassen. Wohin? Ein leerer Flugsitz, eine Buchung, eine Massagierliste. Herr Dengner, glauben Sie wirklich, dass es eine Chance gibt, dass mein Vater nicht in dem Flugzeug gesessen hat? Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nehmen Sie sich die Zeit dazu. Ja, die Zeit habe ich leider nicht. Wie viele Leute seid ihr? 36 von uns und 19 von dem IK. Äh, drei beschissene Besserwisser vom IKA. Ja, das, äh, das löst meinen Fall. Morgen laden Sie mich zu einem Frühstück ein. Warum machen wir das? Wo erkenne ich diese Augen? Warum wollen Sie denn wissen, wer meine Verlierer sind? Ein Freuchter, die wir haben. Neben meinem Himmisswagen fand er den Stand der Gärtnerei Brot. Denn da stellt er sich einer Frau vor. Ja, ja, ich erinnere mich gut an diese beiden Bündekalendula. Du, ich habe was mit Italien zu tun. Willst du kommen? Na, Logo. Äh, was machen wir denn da? Äh, bitte. Wir haben gewonnen, hat er gesagt. Und am nächsten Tag hat er angefangen, mir die Liste zu diktieren. Ja, wenn das Papier früher in der Tat und Dokumentation stand und jetzt nicht mehr, dann muss es jemand gelöscht haben. Darum kam Ihnen der Tod von Rohwetter ja gerade recht hell. Oh, schreckliche Sache. Der Art, wie er den Kopf seitwärts hält, erkenne ich, dass er zieht. Ja, sie garantiert uns, dass es auf jeden Fall die Blumen sind, die der Händler nach Stuttgart schaffen, die... Verdammt, kein Empfang. Können Sie sich das Ganze erklären? Nein. Ah, ja, also... So, also... Haben Sie die drei Killer beauftragt, mich zu ermorgen? Du mieser kleines Arschloch. Nein! Also das hat... Ja, doch, doch, genau so, wie Sie meinen, Herr Denker. Mit Leuten wie Ihnen verhandle ich nicht. So soll es sein. Yeah! Scheiße.